Hallo und herzlich willkommen beim Wetter.net WebTV an diesem doch sehr kalten Donnerstagmorgen. Wie gestern angekündigt, ist es heute Morgen richtig frisch. In Münster, in Westfalen und in Erfurt werden gerade mal 4 Grad erreicht. In Wiesbaden und Kassel zeigen die Thermometer 5 Grad. 7 Grad sind es in Stuttgart. Es ist also wieder Zeit, um die Handschuhe und auch den Schal herauszukramen. Aber nicht nur die Kälte ist heute Morgen ein Thema. In den Alpen fiel Schnee und das teilweise bis auf 1500 Meter herab. Neben mir sehen Sie eine Aufnahme der Mittelstation der Fellhornbahn in Oberstdorf. Und hier liegt auf der Sonnenterrasse auf 1780 Meter schon eine kleine dünne Schneedecke. Und das Ganze bei Temperaturen um die 0 Grad. Insgesamt bleibt es heute in Bayern auch meistens stark bewölkt. Ab und zu fällt noch etwas Regen. In einem Streifen vom Saarland rüber nach Hessen bis nach Sachsen ist es dagegen meist freundlich. Mal scheint die Sonne, mal ziehen Wolken vorüber. Einzelne Schauer haben wir noch an der Nordsee zu erwarten. Die Nacht zum Freitag, die wird wieder bitterkalt, vor allen Dingen im Binnenland. In Brandenburg und Berlin gehen die Werte auf 8 Grad zurück und in Bayern teilweise auf 3 Grad. Stellenweise gibt es wieder Bodenfrost. Bei einer sternenklaren Nacht kann sich lokal einzelne Nebel bilden. Nach Norden hin dagegen an der Küste mit 10 bis 11 Grad bleibt es dann doch deutlich milder. Die nächsten Tage, die werden zunächst zweigeteilt verlaufen. Der Süden hat am Freitag den Vorteil eines Hochdruckgebietes. Bei bis zu 22 Grad scheint hier ab und zu die Sonne. Im Norden dagegen weiterhin viele Wolken, ab und zu etwas Regen. Der Samstag und Sonntag, die werden mal wolkig, mal sonnig. Ab und zu gibt es am Samstag noch einzelne Schauer. Am Sonntag ist es bei Werten bis zu 25 Grad meistens trocken. Ein erster Blick auf die nächste Woche. Es geht insgesamt zweigeteilt weiter. Der Süden hat immer wieder bessere Karten nach Sonnenschein als der Norden. Stellenweise kann es hier aber auch mal längere Zeit neblig sein. Am Mittwoch ziehen dann im Norden neue Regenwolken auf und die Temperaturen gehen langsam etwas zurück. Mit diesen Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.